Treacher Collins betrifft mein Gesicht, nur mein Gesicht. Trotz seines Aussehens versteckt sich Jono nicht. Im Gegenteil, er geht aus mit Freunden, er datet auch auf Tinder. Dating nervt, weil ich eben so aussehe, dachte ich immer. Aber die Wahrheit ist, Dating nervt uns alle. Ein ganz normales Leben wie wir alle führt Jono aber nicht. 2012 war er Fackelträger bei den Olympischen Spielen in London. Er erscheint in Magazinartikeln, hält Vorträge vor hunderten Zuhörenden. Er hat hunderttausende Follower auf Instagram, TikTok und Facebook. Und unzählige Fans im echten Leben. Jono ist prominent. Die Kinder an unserer Schule sehen in ihm einen Star. Jono hat sich mit seinem Aussehen nicht bloß abgefunden. Er feiert es, tut Gutes und verdient damit sogar Geld.